Grüße euch, Paraguay Live! Und herzliche Grüße aus Paraguay. Ich bin der Pit und heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Wie immer, vielen Dank für eure Fragen. Es waren wieder sehr, sehr viele. Und viele von euch haben es einfach gefragt. Wenn wir nach Paraguay kommen, was können wir vor allem in deiner Nähe sehen, was natürlich Touristik angeht. Und jetzt bedanke ich mich natürlich bei unseren Freunden von La Tele und zeigen wir euch einen super Film. Meiner Ansicht nach, es lohnt sich, vor allem im Sommer sich anzuschauen. Es ist nur 10 Kilometer von Piribabui entfernt. Also, nichts wie los, machen wir es! Bis zum nächsten Mal. Partiendo desde Asunción y en menos de una hora de viaje, llegamos al Complejo Turístico Pinamar, situado en el departamento de La Cordillera, aproximadamente a 10 kilómetros del casco urbano de la histórica ciudad de Piribabui. Y desde donde hoy estamos iniciando Un País en América. Bienvenidos. Partiendo desde Asunción y en menos de una hora de viaje. Partiendo desde Asunción. Partiendo desde Asunción. Tourismus a nivel national. Es so, es sehr schön legal. Es so, es sehr schön legal. Es so, es sehr schön legal. Es so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Nicht unbedingt am Wochenende in den Sommerferien, weil das ist dann, wie man aussieht, sehr überfüllt. Aber sonst in der Woche kein Problem. Falls ihr Fragen habt bezüglich touristischen Sachen oder touristischen Sehenswürdigkeiten in Paraguay, bitte unten in den Kommentaren immer eure Fragen stellen. Vielen Dank nochmal an euch. Likes nach oben, falls euch gefallen hat. Und den Kanal bitte abonnieren. Wie immer Links, die sehenswerten Videos von uns. Und ich bedanke mich wie immer. Ganz herzliche Grüße aus dem Sonniger, wie man sieht. Paraguay. Wir sind im vollen Winter, aber es sollte etwas kühler werden. Also bis dahin. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.